Ich erinnere mich noch einmal im Sommer. Es war scheiß warm. Jenny und ich saßen auf der Veranda mit Eiswaffeln, um uns abzukühlen. Und dann kam dieser verfickte Junge vorbei. Du kennst den Typ. Ein totales Arschloch. Er schubst mich zur Seite und setzt sich einfach zwischen uns. Und Jenny? Sie sieht ihn nur an und schmeißt ihm ihr Eis in den Schoß. Er hat sie geschubst. Also tat ich, was ich tun musste. Ich hab mir den Pisser geschnappt. Ich dachte, ein paar Monate Schnabeltasse würden ihm manierenbein bringen. Jenny hat mich eine Woche ignoriert. Kenne ich dich? Wohl kaum, Chef. Sonst wüsstest du es. Ich muss, ich will's nasser, Junge. Ja, genau. Arme seitlich ausstrecken. Das ist ein friedlicher Schuppen. Keinen Ärger. Hast du eine Knarre dabei, Sportsfreund? Wer? Ich? Um die Party zu versauen? Yes, sauber. Geh rein. Einen schönen Abend noch. Gleich durch die Tür da. Lass deine Träume wahr werden. Oh, hallo Süßer. Du musst auf eine schöne Zeit. Du musst Venus sein. Ich bin Jackie, Vinys Freund. Tja, Vinys Freunde sind auch meine Freunde. Wieso kommst du nicht mit in mein Zimmer? Ich glaube, ich kann dir was ganz Besonderes für dich arrangieren. Komm mit, hübscher. Oh, ich ziehe zuerst. Ja, ich bin hier zuerst. Ja, was ich dir gesagt habe. Okay, hör zu. In diesen Aufzügen gibt es keine Kameras, aber wir haben nicht viel Zeit. Ich habe Winnies Kanone in meinem Zimmer versteckt. Wenn die Kerner sie finden, bringen sie mich um. Die machen keine Spielchen, Jackie. Das sind echt abgefuckte Leute. Die sind total durchgeknallt. Versprich mir einfach, dass du mich nicht hängen lässt, wenn was schief geht. Du musst also schnell in den zweiten Stock. Hörst du mir zu? Ja, ja. Verstanden. Also los, da lang. Ich... All dieses köstliche Leiden. Wir sollten uns beim Management beschweren. Hast du diesen neuen Kerl gesehen? Den mit dem Buckel? Willst du dieses Monster nach einer Gehaltserhöhung fragen? Ich dachte mir, du könntest ihn fragen. Du bist in solchen Dingen besser als ich. Oh ja! Hier! 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 Ich hab was für dich. Sie haben die beiden oberen Stockwerke abgesperrt. Wir dachten, die drehen da oben einfach Pornos, aber... Dann ist Chantal hoch in den zweiten Stock zu diesem Buckeligen und seit einem Monat haben wir sie nicht mehr gesehen. Hier. Das ist von Winf. Danke. Und jetzt finde diese Arschlöcher und verpass ihnen eine von mir! Baller Quasimodo die Birne weg und erlöse uns alle aus diesem verfluchten Elend! Jetzt muss ich Lippenstift vom... Der Start bin ich fressen! Der Start! Ich muss hier rüber... Schau! Schau! Der Platz mehr! Der Platz mehr! Geiler! Sehen Sie! Ja! 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 Not die, Jacky! Ja! 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 Scheißdrehen! Verschlossen! Kommst du an den Lüftungsschacht ran? Okay! Ich brauche deine Hilfe! Mach mal die Augen zu! Moment! Was hast du getan? Netter, kleiner Trick, oder? Jetzt siehst du wohl, was ich sehe, stimmt's? Wie ist die Aussicht? Kurz, dann mal los! Hört ihr das, Brüder? Der Graal wird sie halten! Sobald wir alles haben, gehört die Welt uns! Was soll das? Schönen wir die Tür? Ich frage du persönlich! Ja! Sünde produziert die Essenz der Finsternis, die uns Kraft verleiht! Und Sünde ist... ...unfittabel! Ha! Ha! Irgendwas stimmt hier nicht! Ich umfinde! Verschwinde hier! Warte noch kurz! Geh näher ran! Ja! Ich will wissen, womit ich es zu tun hab! Mit Vergnügen! Ist das nicht genug für dich? Traut euren Augen und Ohren nicht! Religion ist Opium fürs Volk! Sie sind alle blind! Nur die Bruderschaft haben sie! Ja! Man braucht keine Augen um zu sehen! Da! Der Sicherungskasten an der Wand! Sobald wir blind sind... Ja! 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 Schon besser! Na los! Suchen wir die Männer, die es auf mich abgesehen haben! Wer zur Hölle seid ihr Typen? Keinen Schritt weiter! Wind! 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 Die du nicht rissen! An mich darfst du nicht drehen! Was ist denn auch von dir? Wo ist er denn? Was ist denn auch von dir? Wer ist denn auch von dir? Wie ist denn auch von dir? Was ist denn auch von dir? Ich hab ihm doch viel Angst! Ich hab ihm doch eine Angst! Was ist denn alles? Ich rand! Und ich zeige! Wie ist denn auch von dir zu weit? Er war genau hier! Er bringt ja nichts mehr! Er bringt ja das nicht mehr! Ich hab ihm zuerst meine Waffe! Was ist das? Wenn du bist, du Finsterling! Was ist denn für die Welt in Schatten? Der Stoff hat noch mehr vor! Du bist so weit. Finsterling! Du bist so weit. Das ist für mich. Ah! Das hat die Laufung! Du bist erledigt! Du bist so weit! Wie viele von denen gehen das? Mehr mit denen! Es ist die Fächsverlust! Du musst ihn zum Rumpen und das Bruder so holen! ARD Text im Auftrag von Funk Das Licht Gottes scheint auf. Das ist ein Ende. Taki, helde dich vom Licht wahren. So vorhersehbar. Den Graal bereit machen. Er kommt zu sich. Was soll das werden? Er ist wach. Gut. Er muss sich konzentrieren. Er fühlt sich klebrig an. Ich mag das. Kümmer dich um deine Aufgaben, Bruder. Ist der Transfer abgeschlossen, haben wir, was wir wollten. Du musst mir glauben, Jackie. Ich wünschte wirklich, dass es einen anderen Weg gebe. Wir alle müssen schwere Entscheidungen treffen. Das ist deine. Du bist also der Pisser, der im Restaurant angegriffen hat, was? Sei ruhig und schweig. Ich will nicht, dass ich den Backenkrieg an der Backen kriege. Hör einfach zu. Du hast etwas, das lange verschollen war. Etwas, das nicht dir gehört. Entscheide dich, es zurückzugeben. Was mit dir passiert, ist nebensächlich. Für mich zählt nur das eine. Ich will die Finsternis. Ich hab keine Ahnung, wovon du redest. Natürlich nicht. Aber Tatsache ist, du bist unvorsichtig. Und viel zu viele Kriminelle in der Stadt glauben, dass ein Dämon in dir haust. Im Restaurant wollten wir testen, dass du der neue Wirt der Finsternis bist. Du hast bestanden. Wir wollen sie zurück. Hm. Ich spüre, wie du dich da drin bewegst. Wirst du nervös? Du bist zu dumm, um der Finsternis den Respekt zu zollen, den sie verdient, Jackie. Sie bevorzugt die Gesellschaft eines Narren, den sie kontrollieren kann. Und verabscheut den Anblick eines intelligenten Mannes, der sie kontrollieren kann. Ich frage dich nur einmal. Wirst du mir die Finsternis aus freien Stücken überlassen? Wieso nimmst du sie dir nicht einfach, wenn du schon so ein scheiß Genie bist? Würdest du nicht nur Speisekarten lesen, wüsstest du, dass es Regeln gibt. Der Wirt muss die Finsternis freiwillig aufgeben. Ich werde dir wohl bei der Entscheidung helfen müssen. Mr. Piefisch, wären Sie so gütig? Schau hin, Schönling. Das wird ein eigener Snuff-Film. Die Finsternis hat dich den Mord an deiner Freundin mit ansehen lassen. Dein erster bedeutungsvoller Akt als ihr Wirt war die Unterwerfung. Sieh es ein, Jackie. Du wirst die Finsternis nie kontrollieren, niemals. Gib sie an Leute zurück, die das können. Der Strom der Essenz der Finsternis verrät mir, dass du bereits darüber nachdenkst, sie aufzugeben. Mal sehen, ob wir dir diese Entscheidung noch leichter machen können. Mr. Brian. So, das war deine Freundin, Jackie. Blasen mit Lippenpiercing kommt bestimmt gut. Was ist los? Ohne Kopf geht Blasen nicht mehr so gut, was? Jackie! Oh, Jackie! Verdammt, der ganze Ort hier wird überrannt! Gib nicht nach, Jackie! Noch haben sie uns nicht übermannt. Halt's Maul! Ihr werdet in der ganzen Stadt angegriffen. Wir haben die Mittel und den Willen, diese Organisation in die Knie zu zwingen. Und innerhalb von Minuten kontrollieren wir dein Zuhause. Also denk schnell, Jackie. Hier geht es nicht mehr nur um dich. Entscheide dich. Links oder rechts. Das kannst du mir nicht antun. Du Hohensohn! Der hat sich nass gemacht. Was ist richtig getan, Jackie? Zeig diesen Bastard, dass keiner in unser Revier kommen kann. Halt deine verfluchte Fresse, du beschissene Leiche! Es war die falsche Entscheidung, den Geist aus der Flasche zu lassen, Jackie. Für die Finsternis bist du nur eine Marionette aus Haut und Knochen. Letzte Chance. Gibst du mir die Finsternis aus freien Stücken? Weck mich. Dann eben nicht aus freien Stücken! Ich versuche dir zu helfen, aber wenn du zu dumm bist, das zu erkennen, verhandle ich eben in einer Sprache, die du verstehst. Mr. Brack, töten sie alle im Haus und reißen sie der alten Dame die Arme aus. Hey, ich könnte hier noch ganz andere Sachen abreißen. Na, was meinst du, Jackie? Du hast Jenny verloren, weil du die Finsternis nicht kontrollieren konntest. Und jetzt wirst du alles verlieren, was dir wichtig ist, weil du nicht vernünftig genug bist, um deine Grenzen zu erkennen. Schlag dem die Zähne aus. Einen nach dem anderen. Jackie! Du musst widerstehen! Ich bin zaffig mit dir! Sie dürfen mich nicht kriegen! Leck mich! Ich bin nicht länger deine Marionette! Du wirst mir gearschen! Gebt mir einen guten Grund! Jenny! Ihre Seele gehört mir! Gehör ich an mir! Jenny ist tot, du Idiot! Konzentrieren! Gib mir die Finsternis, oder deine teure Tante Sarah ist Wurmfutter. Ich kann nicht! Ich habe keine Wahl, ich muss die Grabe nutzen, Mr. Pivisch! Die Binderituale sind fast vorbereitet, nicht mehr lang. Gut, halten Sie ihn in Schach. Er soll so schwach wie möglich sein, wenn das Ritual beginnt. Ogst- Arme, ichopf! Flüger- Skröger- Euch- Gair! De Runders. Er sagte er, er hat sichberkeit! Öffne, er hat sichberweit! Gair! Lass die Finsternis fahren! Töte das nicht! Timmel! Der Krall! Raus und die verdammte Tür zu! Ich wollte dir einen Ausweg bieten, Jackie. Sag nicht, du hättest keine Wahl gehabt. Das hast du dir selbst eingebracht. Und du hast es deiner Familie eingebracht. Ich habe nur versucht, dir zu helfen. Du stirbst nicht, Jackie. Die Finsternis lässt das nicht zu. Aber wenn du rauskommst, wird deine Tante ausgeweidet und entbeint sein und du hast nichts gewonnen. Denk darüber nach, wie hilflos du bist, denn das nächste Mal. Frag ich nicht so nett. Fackelt das Gebäude ab! Der Krall! Für Jenny! Der Krall! Der Krall! Er die gianten Mister Zermalm sein, ihr seht! Ich habe das geholfen. Das war's für heute. Hey, Putsch! Hier oben! Scheiße, Kecke, wir dachten, du wärst erledigt. Ich weiß, ich muss... Sie haben das Haus. Sie werden alle töten. Scheiße, trifft mich dort. Ich suche einen Weg nach unten. Nimm den Kral! Er macht uns ganz! Heißvoll! Da ist er! Sie weint, Jacky! Der Glastbote! Ein Gras! Geh mir! Oder sie brennt in der Hölle! Der Wild ist Kier! Nimm die Fenstermis, Jungen! Ich habe Bilder von dir gesehen. Dachte, du wärst vorgegangen. Geh mir! Wir sehen uns gleich, Scheiße! WDR mediagroup Gnade Ich stehe! Ich war ein Traum, und ich war ein Traum, und ich war ein Traum! Ich war ein Traum! Nichts! Lauf! Ich bin klar, dass du nicht darin, den du beschweren konntest! Lauf! Weg von dir! Wenn ihr das Finsternis ist, ist hier! Lauf! Ich werde nicht da hin! Wer die Haut hat! Speif ist es! Weischt hat! Die 효과ρα ist im Grunde! Lauf! 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 Wir müssen das Auto umbringen. Komm! Untertitelung des ZDF, 2020 Wir müssen das Auto umbringen.